freitags krimi bei allen kometen auf der diesjährigen fan convention zur science fiction serie mitten im weltraum hat sich ein nicht fan eingeschlichen findest du heraus wer es ist liest die tipps und frage die vier beteiligten ja hallo ich bin jenser christ und heute können wir mal wieder ein freitags krimi machen mit hinweisen wir haben den sammler und als hinweis wobei der rechercheur ist für mich schwer auszusprechen das versteht sie bestimmt nicht naja und kennst du die sendung mitternacht mitten im weltraum also stand da eben ich habe danach gegoogelt ich habe sie nicht gefunden die serie vielleicht ist schon zu alt ich weiß nicht dann fragen wir mal den ja es wird nicht so auf anhieb gehen hey katana frage den riesigeur das sind doch alles trottel hier fans nennen sie das niemand hat die metaphysische ebene meines werks begriffen ich gehe jetzt nach hause okay der war das bestimmt der war das er sagt jetzt hier so alles trottel und sowas das sage ich jetzt direkt am anfang also hey kotana der riesigeur war es leider falsch ein tipp bei der serie handelt es sich offensichtlich um ein schattenspiel ach so ein schattenspiel warum wissen wir denn das das wissen wir doch noch gar nicht okay dann fragen wir mal den sammler hey kotana frage den sammler also mitten im weltraum war ja damals in den siebzigern bahnbrechend die erste soap opera im weltall quasi und weil sich die produzenten kein set und keine darsteller leisten konnten wurde alles als schattenspiel realisiert mit pappfiguren taschenlampe und einem vorhang unglaublich ja unglaublich und wenn der das hier sagt dann war er das bestimmte sammler weil der hinweis ist ja das mit den schattenspiel gewesen und der sagt hier dass es ein schattenspiel war und zwar in den siebzigern also ich weiß nicht kennst du die serie mitten im weltraum aus den siebzigern mit schattenspiel und sowas hast du schon mal gesehen ja der sammler der der war es ich bin mir ziemlich sicher der sammler war es ja hey kotana der sammler war es leider falsch ein tipp gab es bei der serie schauspieler ja was soll ich das wissen schattenspieler dann also keine ahnung ja wer weiß na gut wir haben ja noch einen experten den wir fragen können hey kotana frage den experten was sie kennen mitten im weltraum nicht nein kein wunder die diese geniale schattenspiel serie aus den siebzigern ist heute fast vollständig der vergessenheit anheim gefallen als experte für popkultur kann ich ihnen nur raten schnellstens alle folgen anzusehen ja und wie und wo ich habe die gegoogelt und ich nicht gefunden also wenn ihr diese serie kennt dann postet das doch bitte unten in die kommentare wo man die findet vielleicht auch eine dvd oder sowas oder vielleicht eine youtube link in den siebzigern da könnte die ja vielleicht irgendwann mal auf youtube auch kommen naja wir haben ja noch die prinzessin oder was der experte oder die prinzessin ach der experte war es hey kotana der experte war es hey kotana der experte war es leider falsch ein tipp gab es bei der serie schauspieler hier ist das mich schon mal gefragt keine ahnung woher soll ich denn das wissen schattenspiel vielleicht nicht keine ahnung weiß ich nicht aber dann fragen wir doch mal die prinzessin aber wer kann es denn gewesen sein wenn kein experte kein rechercheur kein sammler naja wer auch immer das gewesen sein könnte hey kotana hey kotana frage die prinzessin ja also ich sag mal viele von uns fans gab es ja nie und ich bin dieses jahr auch die einzige die im original kostüm gekommen ist nämlich in der rüstung von prinzessin marakana damals gespielt von lucy law ja also lucy law hat da anscheinend auch mitgespielt bei diesen schattenspiel und zwar die prinzessin marakana ja ja oder könnte es vielleicht falsch sein was uns hier die prinzessin erzählt warum könnte das falsch sein hey kotana die prinzessin war es richtig bei der serie handelt es sich um ein schattenspiel bei dem es kein set und keine darsteller gab die prinzessin mit ihrem kostüm und ihren ausführungen über die schauspielerin lucy law muss wohl bei der falschen serie gelandet sein bei allen kometen auf der diesjährigen fan convention zur science fiction serie mitten im weltraum hat sich ein nicht fan eingeschlichen findest du heraus wer es ist liest die tipps und frage die vier beteiligten ja warum geht man als nicht fan verkleidet auf ein fan convention von einer anderen serie ich verstehe es nicht naja aber so sei es hey kotana hey kotana möge die macht mit dir sein wie ich sehe magst auch du star wars da fällt mir aber ein stein von der platine ja genau ja genau hey kotana die macht ist mit mir na das können sie nicht hey kotana hey kotana okay das war's für heute und wir sehen uns dann das nächste mal ich wünsche euch noch gottes segen ich sehe euch noch mal